Gut, also... Okay, bloß keinen Fehler machen. HUEH! Das ist nicht korrekt! Das ist nicht korrekt! Wie bin ich... Ui, daaa! Machst mir... Fangen schon zu, hm? Mal so... Da rein! Da rein! Dort hinflang! Da hin! Da hin! Wahllos! Blöcke schieben! For the win! Wenn ich ihn jetzt da lang schiebe, ist sowieso alles verloren! Alles ist verloren! Da hin! Da hin! Nein! Da hin! Da hin! Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue! Es würde mich einfach mal interessieren, wie man da überhaupt rankommen soll! Hä? Wie bin ich denn da hingekommen? Oh! Mensch, Leute! Ich komme mir gar nicht mehr vor wie ein Display, ehrlich gesagt! Nein! Ich mache gar nichts mehr Gescheites! Ich probiere wirklich nur noch Sachen aus! Ich mache gar nichts mehr Gescheites! Ich weiß nicht mehr, wie ich da unten an den Schalter komme! Hatte ich es nicht vorhin? Hm? Och, ich mag jetzt nicht nachschauen! Ernsthaft nicht! Also, der gehört auf jeden Fall dort hinein! Da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher! Nein! Gehört er nicht! Ich! Damn luck! Da hinein! Da rüber! Da hoch! Dorthin! Hoch! Drüber! Drunter! Drunter! Ach, komm schon! Ja, wenn du jetzt... Oh, mein Gott! Ah, ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Oh, mein Gott! Ich möchte Sex mit mir selber! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh Gott! 18 von 17! Nicht schlecht! 186 Mal zurückgesetzt! Hm? Mapcode 900... 9999... So rum! Oh, Coding and Graphics, hmm, Level Design, hmm, Buttelsau. Special thanks to all testers for testing and the motivation. Ineluki, Ineluki, for making a MP3 patch. Cherry, Cherry, ich liebe dich. For coding better, AEP and blah, 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 es geht zu schnell. Noah and Xargot for making up a Game Boy Contest, my mother, was? For cooking and stuff, enter brain, ach nee, ach, das geht so, okay, bin blöd. For making the RPG Maker, you, for playing, ah nee, you, for playing everyone else, for the loot, was? Ich, verwirrende Credits. Ich habe gerade dieses Spiel durchgespielt. Er erwartet jetzt nicht von mir, dass ich noch ordentlich diese Credits lesen kann und dies zu den Klammern zuordnen kann und überhaupt. So, mein lieber Schrump, hmm, Jan, ich habe Mark the Engineer durch. Ha, du hättest bestimmt nicht einfach nur nicht mit meiner überragenden Intelligenz so gerechnet. Gib's einfach zu. Und, ja, ich bin stolz auf mich. Das war's von Mark the Engineer. Ein Spiel von Schrump, Jan, hmm, irgendwie sowas. Sucht euch was aus. Ähm, ja, wirft die Pixelmaschine an. Nein, ich habe das jetzt nicht nur deswegen gespielt. Ähm, es war ein kleiner Anreiz. Und, ja, es war ein gutes Spiel. Es gibt natürlich keine Bewertung dazu, weil Mark the Engineer entzieht sich jeder Bewertung. Es war knackig, muss ich sagen, doch. Es würde mich reizen, das auch alles mit den richtigen, äh, noch in der richtigen Dings zu schaffen. Also mit den passenden Moves. Bei allem habe ich dafür 10 Moves weniger gebraucht, als du gedacht hättest. Ja, ha, 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 ha. Und, ja, das war's von Mark the Engineer und von meiner Seite. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Obwohl, das Wochenende kommt auf jeden Fall noch was. Aber jetzt lasse ich euch erstmal mit Mark the Engineer alleine. Äh, ich weiß, es war nicht so unterhaltsam. Ich habe mich einfach konzentrieren müssen. Und, ja. Schönes Spiel zum Abschluss noch. Also zur Mini-Bewertung. Wirklich schönes Spiel. Gut für zwischendurch. Hätte es das auf dem Game Boy gegeben, ich hätte es mir, glaube ich, gekauft. Weil, es ist gut, es ist witzig, es macht Spaß und es regt zum Krobeln an. Das ist Kawashimas Gehirnjogging auf dem Game Boy. Ähm, ja, das war's jetzt von mir, von Mark the Engineer und von diesem tollen Rhyme. Oh my gosh! Bro, ach komm. Ähm, macht's gut. Bye bye.